Jetzt, ich bin hier, ich bin in der Church, ich bin in der Church. Die Waffen sind ja alle soweit repariert. So. Also wenn ich einen Vorschlag haben oder sowas finde, was kann man eigentlich noch alles für Waffen nehmen? Nicht mit E, mit F. Aber du konntest mir, was konntest du mir noch herstellen? Ich konnte dir was herstellen. Ich kann jetzt im Moment nichts herstellen. Der Zauberstab? Nee. Doch, Zauberstab war das. Ich glaube, ich hatte... Wo ist der Vorschlag, Kammer? Der war zu schwach. Der war zu schwach, genau. Deswegen haben wir es nicht gemacht. Ich gucke, was hier noch alles möglich ist. Jede Menge. Alle möglichen... Okay. Das ist interessant, wenn ich hier in dieser Bergbank die Baupläne durchscrolle, scrollt der, wenn ich ganz schnell scrolle, scrollt der auf den zweiten Bildschirm. Ich gehe mal zum Händler. Bei mir ist der Chat-Demo. Ach so. Faszinierend, okay. Ich gucke mal, ob der was hat. Schwere Holzknüppel. Nee, das ist auch nicht so. Behindert Brecheisen. Nee. Das ist eine verkribbelnde Militärmarrete. Für 6.663. Drei mal sechs. Und eine halbe sechs, eine drei. Gibt es noch Reiniger für 170? Muss man nicht irgendjemand einen Reiniger geben? Ähm, ja. Level-Batterien. War das so ein Wiederkehrendes, ne? Das war, glaub ich, so ein Wiederkehrendes, ja. Schau ich nochmal kurz... Ein sauberer Vergeltung ist... Besorge fünf Reiniger für Tevin. Ist aber auch ein fortlaufendes Ereignis. Das ist egal, die müssen wir nicht weitermachen. Ach guck mal, der Hugo hat Cash für uns. Nimm mich mit? Ich auch. Da he go. So. Quest. Wo geh mal hin? Hol dir die Werkzeuge aus Antonius Werkstatt. Festung Gottes. Hm, ah hier. Ja, komm mal hin. Nehmen wir das. Ist das jetzt auf der Karte auch was? Ja, es ist markiert, dann kann man loslassen. Sehr schön. Oh, das sind noch Koffer. Nein, meine! Geh weg, meine! Inventar voll, okay. Ups, jetzt hast du getreten. Oh, ich bin jetzt noch weg. Ja, ich hab gegen so eine Mauer getreten. Verstauntlich, heute hast du einen blauen Kreis. Du hast einen gelben. Okay. Hatte ich sonst immer einen blauen? Ja. Mhm. Interessant. Dann haben wir jetzt die Farbkreise getauscht. Ich denke, wir kommen trotzdem da mitzuregen. Ja, wird schon irgendwie funktionieren. Denke ich mal, grad so. Hm, hm. Da ist noch Rucksack. Okay. Ich wusste nicht, was drin ist. Hauptsache erstmal hinrennen. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Da ist noch Geld rum. Wir müssen hier rechts rum. Wir kommen wieder von hinten, ne? Ja. Hallo, Volkan. Oh, wie da. Guten Abend, Volkan. Na, vielen Dank für deinen Work. Komm, noch einwand. Der Hammer ist schon lustig. Noch so ein Hammer wäre schön. Wir müssen mal gucken, ob wir ihn ordentlich nach hinten sind. Ich will, ich will. Du. So. Was ist mit dir? Willst du noch was? Nee. Gut. Bin ich noch darker, ja, ne? Nee. Ähm, nee. Das sah aber so komisch aus irgendwie. Was hast du denn hier? Hm? Ja. Ich hab was getrunken. Dann ist direkt quer vor mir lang. Ja, weil ich Hunger und Lust hab. Der Hammer braucht lang. Wo, Zwillinge? Lass mich doch reinkommen ins Spiel. Der Hammer braucht so lang. Noch was? Ja. Immer den Snack. Mit nem Tritt. Naja. Das ist doch seine Waffenschuhen, oder? Ja. Wohin? Dahin? Dahin des Weges. Gerade hin. Schreit hier jemand? Ich weiß nicht. So, hier mal ein Snack. Brauchst du den Energy Drink? Brauchst du den? Ich hab dreieinhalb, ich hab dreieinhalb weg. Ich hab vier weg. Nimm du. Bin mehr der Haut drauf. Nicht funktioniert. So, nochmal. Oh, entschuldige. Ich muss mich erst wieder so ein bisschen an die Distanz von dieser Waffe gewöhnen. Und wann ich genau schlagen muss, damit ich ihn dann noch treffe. Aber bisher hab ich nämlich zu spät gedrückt. Dadurch... Rams machen die dann. Weißen rein. Oh. Ups. Haha. Hör auf. Ach, Ausdauer. Okay. So, das letzte Mal lief es besser mit dem Hummer. Warum brunten wir heute zu lange aus? Ich weiß, dass ein Vorschlag kam und man holt mit dem aus. Aber ich hab das Gefühl, das letzte Mal ging es besser. Aber es hat bestimmt schon ein Tages... Es ist ein Explodierender. Da hab ich mir auch hingerannt. Sind die wenigstens noch weg? Das seh ich nicht. Sieht gut aus hier. Sieht so leer aus. Da renne ich einfach mal hin, weil da kann man auch Waffe sparen. So, ich hab meinen Riesensnack genommen. Wasser. Jetzt wechsel ich zur Flammenwaffe. Hier drüben sind noch mehr Snacks. Brauchst du noch was? Nee. Hier ist ne Werkbank. Ah, hier ist die Werkbank. Ah, hier ist die Werkbank. Ah, die waren halt grün, deswegen wollte ich sie doch mal. Ja, ist so richtig. Anzünden. Jetzt sind sie orange. Dass sie verbrennen. Pflup. Und sie weg. Alkohol, Alkohol, Alkohol. Werkbank. Keine Deo-Bombe herstellen. Ui. Kraftlose Sicheln? Was will ich denn damit? Die haben wir verkaufen können, ne? 115 bringt auch nicht viel. Ich lass das mal im Inventar. Hab ich jetzt was, was ich rauswerfen kann? Ja. Weißt du, du brauchst noch. Falls ich mir was rauswerfen muss, hab ich was zum rauswerfen. Ist zwar auch sinnlos, weil ich könnte es auch jetzt rauswerfen. Aber... Dann sind wir hier rüber. Reichenbrense schon. Ja, getroffen. Der mich erwischt. Komm noch einer. Ehh, ein Stück zurück sind vielleicht geblitzt. Lass du liegen. Bleibst du liegen. Ich entdecke das Treten für mich. Man kann's doch jetzt noch schieben. Hm, ich kann's noch bewegen. Hä? Ich hab mich grad bewegt, ohne... Ja, hier ist einer auf mich. Hier ist einer aufgestanden. Der hat sich weggeschoben. Kann sein. Keine Ahnung, der Bildschirm war kurz schwarz. Das ist manchmal bei dem Spiel, kommt das vor? Na gut, wir wissen ja, dass bei dir immer wieder mal irgendwas... Aber du hast keinen Back-to-Desktop, ne? Nee, das nicht. Das ist wie bei Rocket League. Von sogar kritisch. Oh, echt, du liegst auf dem Boden. So, jetzt müssen wir hier hin, da. Jetzt sind doch einer. Eieiei. Da stand ich so auf der Seite. Sonst stand doch auf der Seite. Ach so, jetzt hab ich dir dein Objekt weggenommen. Hast weggenommen? Ja, du wolltest den doch haben, oder? Hm, ich wollte bloß auf die Seite gehen, weil ich dachte, da ist gleich einer, aber da brauchen wir ja gar nicht. Die Thermachete. Da sind welche. Da kommt eine Rand. Oh, da. Den hatte ich schon gesehen und gehört. Du hier liegst. Lass liegen bleiben. Okay, in eure Richtung müssen wir. So, jetzt muss ich kurz warten. Ich würde mit deinen Schuhen zutreten, so. Aha. Wenn wir da Hacke rein, dann soll ich auch nicht sein, ne? Ja. Die Schuhe gefallen mir nicht. Wir sind an der Werkbank. Schau mal da eine. Aber ich drehe ja viel, deswegen ist meine Waffe noch gar nicht so kaputt. Welcher? Die Richtung müssen wir auch. Ich treffe nicht. Die Tote gelatscht. Naja, die Schuhe sind ja auch eher Nahkampfwaffen. So. Die Richtung. Also wir sind wieder hier, okay. Da kommt eigentlich einer von oben. Hä? Brauche ich ja nicht nach oben gucken. Ach da. Von da oben. Ach da. Oh. Die ist aber geil. Die runter. Jetzt weg sich der Mitte zur Pistole. Sollen das? So. Ich höre nochmal zum Feuer. Aber ich glaube da war auch schon weg. Ich glaube auch schon hinüber, ne? Oh ja. Ja. Wenn du genau auf die Sicht triffst, machst du mehr Schaden. Hey, was hat mich jetzt erwischt? Irgendwas hat mich jetzt erwischt. Jetzt gerade irgendwas explodiert. Ist irgendwas? Explodiert anscheinend. Das Auspuffrohr oder so? Die Lagenroth ist fast. Das ist weg. Okay. Ich kann sowas doch dazu probieren. Habe ich den Knut mal wieder. Die Lagenroth ist fast. Das ist weg. Okay. Ich kann sowas doch dazu probieren. Habe ich den Knut mal wieder. Die Lagenroth ist fast. Das ist weg. So, weiter weg. Hallo, Mernacher. Guten Abend. Mernacher. Schlag doch mal. Schlag, Schlag. Gegenschlag. Kommt doch. Also heute komme ich noch nicht so zurecht mit dem Vorschlaghammer. Hast du gerade eine Fliege verjagt? Ja. Nicht genervt. Ich werde immer getroffen. Viel zu spät. Das ist ja nicht so schön. Brauchst du was? Hier ist noch eine Cola. Ich will keine Cola. Einen Energy Drink. Einen Energy Drink. Wann gibt es hier Colas? Ich weiß ja nicht, was das für ein Energy ist. Was für ein Geschmack? Energy. Keine Cola. Sonst müsste da Geschmack dastehen. Ach so. Was sind wir denn hier? Ach Männchen. Ach Mensch. Heute ist ein freundlich gesitterter. Hier darf man rein. Okay. Erstmal alles rausnehmen. Erstmal alles rausnehmen muss man hier so haben. Stacheldraht. Reicht schon wieder irgendwas. Riesensnack, Riesensnack, Frucht. Wir sollen in die Richtung. Wir sollen in die Richtung. Kontrollraum. Achso. Von dem hatten wir das Quest mal angenommen. Riesensnack. 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 Entsch Stalin. Riesensnack. 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 Ja, ne Klingenwaffe, aber ich weiß nicht, ob das gebrauchen wird. Ich hab gedacht, hier... Nee, die ist schwach. Und ich behalte sie nicht, damit ich was hab zum Rausschmeißen. So, hier müssen wir jetzt runter. In dem Gitter bleib schon mit meinen Schuhen hängen. So, ich hab mir das Werkzeug geholt. Hier wäre noch eine Kiste mit Gitterküste. Ja, das sehe ich gerade. Zwei. Brutales Bo. Bo. Ich hab noch eine behinderte Universale-Axt. So, ich nehme das brutale Bo mit. Jetzt gehen wir wieder hoch und bringen ihn in die Werkzeugkiste. Ach, ne, um die Werkzeugkiste geholt, müssen wir jetzt woanders anbringen. Mhm. Okay. Hat jetzt nicht viel Sinn, die von da unten zu holen und den zu bringen. Ich würde sie doch selber holen können. Ach, man weiß doch nicht, was die Spiele machen, sich zu denken. 400 Meter, ganz schön weit. Ja, wir müssen schon wieder ein Stück laufen. Das ist ein Map. Was ist man eigentlich gerade? Hier. Ach, bis zur Kirche. Ach so, wir müssen es zur Kirche schaffen. Wir müssen das Werkzeug zur Kirche schaffen. Ach so, der hat das Werkzeug und wir sollen sein Werkzeug zur Kirche schaffen. Das ist also die Aufgabe. Da wir hier vorhin ja erst alles mögliche getötet haben, dürfte ja alles schon wieder da sein, ne? Und explodieren da. Ich bin auch dran vorbei. Wollte mal mutig sein. Mal hier hoch. So, ich glaube, wir müssen weiter weg vom Feuer. Ich möchte nicht brennen. Ah ja, willst du nicht auch eine Explosion ausgesetzt sein? Nein, möchte ich nicht. Ich dachte, er ist jetzt diesmal nicht da. Sehr schön. Oh, ein Explodierender. Fade. Ich will es auch mal ausprobieren. Wie war das mit dem Werfen? Einfach deine Maus draus zu tun? In die Knie gegangen. Bumm. Bei mir wechselt er aber auch sofort zur Waffe. Ist auch zur Schusswaffe. Ja. Dann müssen keine Schüsse aufbauen. Manchmal braucht man schnell einen, ne? Na du? Ich kann den Kürbis leider nicht schmeißen. Der ist weg. Ich habe wieder einen. Es sind jetzt nur solche hier aufgetaucht. Wo bist du denn? Unten lang. Wo ist noch einer? Jetzt habe ich noch keinen gesehen. Davon ist einer. Jetzt habe ich noch keinen gesehen. Da steht einer an der Wand, ne? Diesmal steht er hier an der Wand. So, diesmal stand er hier. Ist er getroffen? Ja. Sind die anderen auch alle weg. Nichts mehr da. Niemand mehr da. Sind alle schon weg. Alle weg. Da kommt einer gerannt. Irgendwann hat die Polizeiwache übernommen. Ja, die reden die ganze Zeit. Da war ich nicht aufgefallen. Brenn mal eine Runde. Und? Lass dir noch was fallen. Ja, nehm mal mit. Ja. Brennendes Geld. Ja, toll. So, hier wäre auch ein Händler. Sehr schön. Ja, ist schon weg. Oh, das ging aber schnell. Ich habe dir hier Schlagring angelegt. Damit kann ich viel schneller zuschlagen. Wir haben doch hier eine Werkbank gehabt, ne? Ja, hier. Ey. Ich weiß, das ist bei dir nichts Besonderes, aber... Ich weiß gar nicht, glaube ich, meine Schwächste hat 424. Also meine Stärkste... Das ist jetzt mein Stärkste mit 397.5 für Nahkampf. Fernkampf mal ausgenommen. Fernkampf sind einige stärker, aber... Ich nehme mir jetzt trotzdem nicht die ganze Zeit, weil die wäre ich bloß bei stärkeren Gegern verwenden. Wo ich schneller angreifen kann. Boah, es hat ja gerade sehr gut funktioniert mit dem. Ja, das wird Wunderblenden. Das steht noch nicht im Duden. Deswegen. Das kriegen wir doch rein. Das muss in den Duden. Das muss in den Duden. Daher immer Wunderblendend. Was heißt denn? Da standen plötzlich welche. In dem Spiel darf man am Boden liegende Tegen. So. Er ist schon weg. Jetzt habe ich was. Was denn? Infälliges Eigenbaumesser fallen lassen. Komm, Inventar ein bisschen leer geräumt. Gleich wieder voll machen. Was machst du denn hier für im Moment? Die Fallübung sah schön aus. So, wir müssen zur... Kirche einfach noch. Kirche. Wonne lang. Alles treten. Nee, das ist Sport. Warten. Ich habe ja nicht so viel Geld wie du. Du musst sparen. Ich bin schließlich ein Fundament. Man muss ja wirklich schauen, ne. Das ist... Die Waffen gehen anders als schnell kaputt und... Es gibt ja auch sehr starke Waffen, die man kaufen kann. Das stimmt. Aber ich habe halt... Kein Geld. Aber hier ist die Kirche. Wir sind an der Kirche. Wir sind wieder hier. Treppe hoch, Treppe rum und hinein. Jetzt habe ich die Leiche gedreht. Ich wollte doch eigentlich nur das Geld nehmen. Das war dann die Falte, Tastan. Da gehen wir mal wieder irgendwo nach hinten. Jetzt hat sie mich nach draußen geschoben. Ich wollte in die Kirche rein. Hier ist Bruno. Hallo, Bruno. Oh, bless you, good people. These tools will be very, very useful. Oh, uh... If you don't mind, we still need your help.